Musik Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kunterbunten kreativen Bastelkanal. Ich bin Christine und heute habe ich wieder eine Kooperationsarbeit zwischen lieben Kreativen und zwar in unserer kleinen Gruppe Miteinander Fantasie vollgestalten. Hatten wir diesen Monat das Thema Meine Lieblingsjahreszeit und ja, man sieht schon, ich will euch jetzt erstmal Bilder von mir zeigen von früher und mit wenig an. Nein, das war ein Scherz. Nein, nein, nein. Ich habe mir hier so ein Album gekauft, ich glaube es war von Penny. Da war ich mal schnell bei Penny. Das hat bloß 3 Euro gekostet und ich denke, ach, das kann man doch bestimmt schön nehmen, um darin zu malen. Yeah! Und das habe ich auch getan. Ja, hier habe ich schon mal ein Bild mit Pastellstiften und Pastellkreide gemalt. Auch zum Thema Frühling. Und zwar habe ich dann einen kleinen Spruch dazu geschrieben. Die Blumen schenken dir ein Lächeln. Ja, das gefällt mir. Mit Pastellkreide, einmal mit Haarspray rüber und alles hält. Und ich finde es auch sehr schön, dass hier so die Einlegeblätter noch sind, die überall dazwischen sind dann noch. Das schützt dann auch ein bisschen das Bild. Oder wenn es mal angemalt ist, kann es auch schützen davor, dass es alles voneinander klebt. Also, ich mache jetzt genug geknistert, ne? So, dann gucken wir mal eine Seite weiter. Ja, das ist es zum Frühling. Und dann haben wir noch eins. Und zwar dieses hier. Da habe ich wieder mir ein Sprüchlein ausgedacht. Und zwar Frühlingserwachen schenkt mir ein zauberhaftes Lachen. Wenn der Duft der Sonnenstrahlen ruft, dann bin ich wie verzaubert. Und jede Sekunde zu genießen, ist es wert. Ja, das kleine Sprüchlein habe ich mir ausgedacht. Und dazu habe ich denn ein kleines Mädchen gemalt mit einem Stirnband und Herzfühlerchen, eine Herzkette, Herzohrringe und ein kleines Mäuschen, Blümchen, Herzchen und die Sonne und die Sonnenstrahlen. Ja, das ist diesmal mein Beitrag zu unserer Kooperationsarbeit. Und diesmal ist der Hashtag meine Lieblingsjahreszeit. Und unter diesem Hashtag findet ihr die Beiträge der anderen lieben kreativen Mitglieder in unserer Gruppe. Ich freue mich schon sehr, wieder zuschauen zu können. Zu, zu, stoller wieder, wieder mir die schönen Videos anzugucken, da freue ich mich drauf. Und, ja, und ihr, wenn ihr Lust habt, könnt gern im Anschluss zuschauen, wie ich die Seite hier gestaltet habe. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Bastelzeit und wir warten auf den Frühling. Bis bald. Tschüss. 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 Schreibt shop. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020